So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe die ganze Zeit überlegt, mache ich es, mache ich es nicht. Ich wollte eigentlich heute ein Gewinnspiel machen. Jetzt habe ich gedacht, ach nee, gestern Abend sind die neuen News rausgekommen für das Valentinstagsevent. Da musst du ja jetzt, das reicht ja, da musst du ja nicht noch das Gewinnspiel machen, aber wann machst du das Gewinnspiel dann? Das passt auch wieder nicht. Also habe ich gedacht, ach komm, News in News, Gewinnspiel ist Gewinnspiel, trenn das, mach das, denn zeitlich passt es jetzt trotzdem irgendwie rein, also zu den Gegebenheiten, die da waren. Und wenn ich es dann irgendwann in 10 Wochen mache, dann hat das gar keinen Zusammenhang mehr. Ich werde das Video wahrscheinlich Shiny Update nennen, Shiny Update und Gewinnspiel, weil genau das ist es nämlich. In letzter Zeit gab es nämlich etliche Events, ja. Da gab es eben hier dieses Kraftwerk-Event und das Mond-Neujahr-Event. Und beim Kraftwerk gab es, glaube ich, gar nichts Besonderes, also nichts Neues zumindest. Oh, ist das laut. Oh, ist das laut. Das müsst ihr aber leiser machen. Es gab auf jeden Fall Leufeo, neu als Shiny. Wenn ich jetzt aber Leufeo hier eingehe, habe ich keinen Überblick, denn mir ist immer wichtig, dass ich da immer männlich, weiblich entwickle. Gerade bei den Shinies jetzt ist es wichtig, weil Mann und Frau anders aussehen. Also wer mich kennt, ich will einen Pogedex-Eintrag ja immer komplett haben. Ein Pogedex-Eintrag, der muss Lucky-Hintergrund haben, da muss Mann ausgefüllt sein, da muss Frau ausgefüllt sein, da muss Shiny da sein, wenn es das Shiny überhaupt gibt. Und das wollen wir bei Leufeo jetzt eben auch machen. Leufeo sieht nämlich momentan so aus, der Pogedex-Eintrag. Wir haben männlich-weiblich, wir haben Lucky. Wenn wir hier rüber gehen, sehen wir, wir haben männlich-weiblich, wir haben Lucky, aber noch kein Shiny, denn ich muss noch entwickeln. Jetzt habe ich mir hier drei Stück markiert, gerade von Leufeo, die es eben neu gab. Das ist eine Dame, das ist auch eine Dame und das ist ein Herr. Also ganz wichtig, einen Herren müssen wir entwickeln, dass der eben ein männliches Löwengetier wird. Ich sehe den Namen gar nicht auf dem Schirm, das ist ja wieder mal mega peinlich. Weil der hat ja so richtige Mähne, das sieht ja richtig brutal aus. So ist das dann, Pyroleo, aha, hätte man auch drauf kommen können. Ja, sieht der jetzt so anders aus, das ist ein sehr zartes Shiny, sagen wir mal so dazu. Und dann brauchen wir noch das höchste weibliche, das müsste das sein. Genau, 69, 96. Und das entwickeln wir auch eben zur Vollständigkeit. So, Leufeo zu Pyroleo, 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 Leufeo, Pyroleo. Finde ich von der Frisur total grässlich. Sieht aus wie ich, wenn ich mir einen Zopf mache oder versuche. 2355, können wir mal hier den Zippel dran machen. Können das jetzt hier wieder weg machen. Dass hier der ganz normale Narbe dasteht. Habt ihr auch ein Neufeo bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Also habt ihr einen Shiny bekommen? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr männlich-weiblich bekommen? Ich habe von vielen gehört, die haben die ganze Zeit nur Frauen bekommen. Aber kein männliches. Und wenn wir jetzt also hier reingucken, müsste das jetzt wunderbar aussehen, dass wir hier rüber gehen und haben wir auch hier männlich-weiblich alles dabei. Ihr könnt ja auch den Unterschied nochmal sehen. Eigentlich ist hauptsächlich hinten. Hier hat er rote Augen, hier hat er blaue Augen. Rote Augen, blaue Augen. Er wird ein bisschen heller, weil das, was hier dunkel ist am Körper, ist dann halt eben fast so, wie der Rest. Ja. Sehr spektakulär wieder mal. Und dann das zweite große Thema, was auch mit männlich-weiblich zusammenhängt, ist Psy-Jau. Psy-Jau. Da scheiden sich ja auch die Geister. Da könnt ihr auch entwickeln und habt dann eben ein männliches Psy-Jau-Gon oder ein weibliches Psy-Jau-Gon. Das ist dasselbe, aber das Weibchen sieht wieder komplett anders aus als das Männchen. Wer das noch nicht wusste, ist ja bei Hypotherus und Hypopodas auch so. Deswegen war es auch wichtig, hier ein Männchen und ein Weibchen zu kriegen, plus ein drittes, was wir so lassen können. Und das hat auch funktioniert. Wir haben nämlich hier oben ein Männchen. Wir haben hier ein Weibchen. Und wir haben hier ein Weibchen. Wer dabei war, wir haben Rates für Zuschauer gemacht, beziehungsweise diesmal Rates mit Zuschauern, weil ich ja mitgeradet habe. Ich habe mit dem kleinen Account immer einen Psy-Jau-Rate gesucht, habe dann immer fünf Leute eingeladen, habe den Raid mitgemacht, bin zur nächsten Arena, habe den Raid mitgemacht, bin zur nächsten Arena, habe den Raid mitgemacht. Die Leute konnten raiden, ein paar haben dann Shiny bekommen. Ich habe nach 22 Rates oder nach 26, nach 26 Rates, glaube ich, mein erstes Shiny bekommen. Nach 55 Rates habe ich das zweite Shiny bekommen. Das ging sehr gut mit dem kleinen Account, mit den Coins, die er sich angespart hat, durchs Arena setzen. Haben wir dann alle rübergetauscht auf meinen Main-Account. Das mache ich immer so. Ich mache mit dem Main-Account wirklich eigentlich nur Fünfer-Rates. Wenn ich was auflade, ich mache nur Fünfer-Rates. Shiny-Jagd von kleinem Gedöns mache ich nur mit den kleinen Accounts. Die sitzen jeden Tag in den Arenen, die haben 10.000 Coins und mehr drauf, alle. Da kannst du einiges machen und es lohnt sich wirklich für mich, Shadrago so bekommen, Siaus so bekommen. Ich freue mich immer, wenn irgendein Shiny-Pokémon in die Raids kommt, dass man das dann so hanten kann. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Was ist die Frau hier? Das ist die Frau. Das ist auch die Frau. Okay, also das müssen wir sowieso entwickeln, weil es ein Männchen ist. Wir hauen das hier also mal durch. Das ist ja völlig kostenlos für mich. Ich benutze sozusagen nur Gratispace dann. Ich benutze nur Gratispace. Ich muss nicht rein-cashen. Ich muss gar nichts. Rein-cashen mache ich nur auf dem Main-Account. Alles andere wäre Humbug. Und das sieht auf jeden Fall sehr cool aus, weil das ja eigentlich so total dunkel war und jetzt hat es hier so eine schöne Gold-Creme-Farbe, wie auch immer. Das reicht aber noch nicht, denn wir müssen ja auch noch hier ein weibliches entwickeln. Oh mein Gott, ich habe so Schiss, dass das hier nach hinten losgeht. Genau, der war das und der ist das und jetzt machen wir das hier auch noch. Der sieht auch bezaubernd aus. Diese leichte Senf-Farbe, heller Senf, mit Sahnehäubchen, könnte man denken. Soll das darstellen oder soll das sein? Auf jeden Fall Psyou auch abgehakt. Psyou auch als Lucky eh vorhanden und jetzt müssten wir diese zwei Weidentwicklungen auch haben. Finde ich eben schön, dass dieses helle Pokémon bei diesem düsteren Psycho-Hintergrund da hängt. Mit einem Lucky-Hintergrund würde mir das überhaupt gar nicht gefallen. Und jetzt haben wir die zwei da, die zwei da, jetzt haben wir das da. Ihr seht ja auch nochmal deutlich den Unterschied. Guckt euch den mal an. Shiny zu normal. Shiny zu normal. Finde ich das Shiny. Sieht richtig gut aus. Und dann hier auch normal. Shiny. Normal. Shiny. Macht einiges her auf jeden Fall. Und wir haben ja noch ein Gewinnspiel für euch, habe ich euch ja gesagt. Bei dem Gewinnspiel geht es eben um ein Shiny Psyou. Beziehungsweise es geht sogar um zwei Shiny Psyou. Ich habe natürlich, als ich meine voll hatte, ich habe drei Shiny Psyou bekommen, durch das kostenlose Raid mit den kleinen Accounts. Ich habe trotzdem jeden Tag weitergespielt und habe die kostenlosen Pässe bei allen Accounts für Psyou ausgegeben. Und da hatte ich so eine Glückssträhne, dass ich an einem Tag mit drei roten Accounts hintereinander jeweils ein Shiny Psyou noch bekommen habe. Das heißt, ich hatte dann drei Stück, die ich selber gar nicht brauche. Ich habe eins bekommen. Ich habe dann Shania gefragt. Also ich habe in der Gruppe gefragt, hier, verlosen oder wie? Was sagt ihr dazu? Shania hat gesagt, oh, ihr fehlt noch ein Männliches. Und weil Shania so viel für den Kanal auch macht und immer da ist und da wirklich... Es ist einfach Shania. Das habe ich gedacht, gebe ich ihr einfach eins, habe ihr eins rübergetauscht, fertig. Danach habe ich weiter geradet, habe das zweite auf einmal bekommen, dann habe ich geradet, habe das dritte auf einmal bekommen. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Weil ich jetzt zwei übrig habe, möchte ich bitte zwei verlosen, denn viele von euch haben auch Psyou Raids mitgemacht und haben vielleicht eins bekommen, brauchen noch ein zweites oder brauchen ein drittes oder haben gar keins und würden sich total freuen. Die sind aber eben auf meinen kleinen Accounts, die müsste man dann so rübertauschen. Um beim Gewinnspiel jetzt mitzumachen. Das Ganze läuft wieder jetzt von Dienstag bis Montag. Montag 20 Uhr wieder Chill mit Ramses. Der Livestream am Montag, wo wir zusammensitzen und chillen ab 20 Uhr. Ab 21 Uhr ist dann immer eine Verlosung, wenn es ein Gewinnspiel gab. Also wichtig, ihr müsst bei der Verlosung nämlich anwesend sein, damit wir wissen, dass ihr ihr seid und dass das passt, weil es da schon Fakes gab, die dann sich später gemeldet haben, als sie das gesehen haben und haben sich einfach für jemand anderes ausgegeben und Profile angelegt mit dem Namen des Gewinners. Das ist auf jeden Fall nicht so cool. Also, Montag 20 Uhr Chill mit Ramses. 21 Uhr die Verlosung. Was ihr machen müsst, um mitzumachen, teilzunehmen und bei der Verlosung in den Lostopf zu kommen, ihr schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Wenn ihr das Video seht, macht ihr das ja wahrscheinlich eh. Ihr schreibt irgendwas, das, was ihr sowieso geschrieben hättet. Kann es sein, manche brauchen das nicht. Die schreiben einfach einen Kommentar und sagen, Erster. Und der Nächste sagt, nein, ich war Erster. Die nehmen natürlich nicht an der Verlosung teil, aber man kann auch schreiben, Erster. Und dann am Ende seines Kommentars, Klammer auf, das muss in Klammern geschrieben sein, am Ende des Kommentars bitte in Klammern jetzt reinschreiben, euren Trainernamen, Psiyao und registriert oder nicht registriert. Diese drei Infos möchte ich von euch und das schreibt normal kein Mensch hin, außer jemand, der beim Gewinnspiel mitmachen möchte. Ne? Versteht ihr? Wir lassen extra die Trainer-Codes weg, weil es da immer zu Problemen gab. Wir lassen extra auch die Hashtags weg, weil es da immer zu Problemen gab. Also wenn ihr wirklich beim Gewinnspiel mitmachen wollt, dann schreibt einen Kommentar und an dessen Ende in Klammern euren Trainernamen. Dann könnt ihr hier einen Bindestrich machen oder ihr macht hier so einen Schrägstrich, das ist mir egal, mir ist der Schrägstrich eigentlich sogar lieber. Dann schreibt ihr Psiyao dahin, ne? Also so, Psiyao, das passt jetzt nicht alles hin. Das denkt ihr euch jetzt, dass wir Psiyao geschrieben haben? Psiyao, dann macht ihr wieder einen Strich, wieder so einer am besten und schreibt Registriert oder nicht registriert, je nachdem. Also registriert oder nicht registriert und macht die Klammer zu. Hey, ist das nicht genial? Hey, die Stift und Zettel könnte ich es euch ganz zeigen, aber eigentlich ist es ganz einfach. Ein Kommentar, irgendwas über das Video, wenn ihr vielleicht noch was zu Läufe sagen wollt, ob ihr da eins bekommen habt oder zu Psiyao auch, ob ihr da eins bekommen habt, was euch noch fehlt, wie ihr das Pokémon findet, wie ihr das Shiny findet, wie ihr das Event fandet, alles mögliche oder einfach Grüße da lassen oder jemand anderes grüßen oder wie auch immer. Aber am Ende eures Kommentars in Klammern euren Trainernamen slash Psiyao slash registriert oder halt nicht registriert und das ist alles. Dann wird am Montag 21 Uhr ausgelost unter allen, die das am Ende des Kommentars stehen haben und wir werden zwei Gewinner ziehen. Sonst war es das eigentlich von meiner Seite aus und ansonsten gab es, glaube ich, nichts Neues. Wenn ich was vergessen habe, muss ich das halt beim nächsten Mal machen. Ich finde es auf jeden Fall cool. Valentins Event jetzt ist halt nicht so. Also da gibt es jetzt nicht kein neues Shiny, sagen wir mal, für mich. Für viele andere vielleicht schon. Aber vielleicht gut Staub mitnehmen durch Ordoch und mal gucken, was mit dieser komischen Blume wird. Da wieder jede Form zu bekommen. Alles als männlich und weiblich durchentwickeln. Lucky in dem Pokédex registrieren. Und wenn das irgendwann Shiny kommt, dann drehen alle durch. Also, das war es von meiner Seite aus. Ich habe noch eine Umfrage gestartet im Community-Tab, was wir heute Abend machen wollen. Psyau-Raids, wahrscheinlich nicht. Prakti-Balk-Raids, Shadrago-Raids, Lavitar-Raids oder Pokémon-Legenden Arceus spielen, wo ich dann fünf, sechs Stunden Zeit für hätte und so Raids, weil wohl wahrscheinlich nach einer Stunde die Luft raus ist. Aber na gut, ich gucke mal, wie ihr entscheidet. Wer hat mich davon inspirieren lassen, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.